Städtereisen werden immer beliebter und sind eine ideale Reiseform für Senioren. Ein kurzer Trip zu schönen Orten ist ein abwechslungsreiches und relativ günstiges Abenteuer, welches man oft wiederholen kann, denn es gibt viele schöne Städte in Deutschland zu entdecken. Worauf sollten insbesondere ältere Menschen achten, damit ihre Reise ein gelungenes und vor allem sicheres Erlebnis wird? Dazu haben wir einige hilfreiche Tipps. Die Lage der Unterkunft. Ihr Aufenthaltsort sollte gut zu erreichen bzw. gut angebunden sein und am besten in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegen, die Sie besuchen möchten. Vermeiden Sie es, eine Unterkunft zu buchen, die in einer lauten, belebten oder unsicheren Gegend liegt. Achten Sie gegebenenfalls auch auf barrierefreie Zugänge. Reiserücktrittsversicherung. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum es nicht immer möglich ist, eine Reise wirklich antreten zu können. Schließen Sie am besten eine Reiserücktrittsversicherung ab und buchen Sie immer stornierbare Reisetickets. Minimieren Sie das Risiko und sparen Sie gegebenenfalls unvorhergesehene Kosten. Planung. Kaufen Sie Eintrittskarten schon vor der Reise und reservieren Sie sich im Vorfeld Tische in Restaurants, die Sie besuchen möchten. Um möglichst entspannt reisen zu können, planen Sie die Fahrt und Zeit zu den Sehenswürdigkeiten immer großzügig ein. Besorgen Sie einen Reiseführer, der gegebenenfalls spezielle Tipps für ältere Reisende enthält. Pausen. Auf Ihren Wegen sollte es immer mehrere Möglichkeiten zur Erholung geben. Nehmen Sie Bänke, Cafés sowie öffentliche Toiletten grundsätzlich mit in die Reiseplanung auf. Bequeme Ausrüstung. Tragen Sie angenehme, wettertaugliche Kleidung und bequeme Schuhe. Nehmen Sie einen kleinen Rucksack oder eine Handtasche und auch einen Regenschirm mit. Alles sollte leicht und über längere Zeit zu tragen sein. Notrufsystem. Auf Reisen kann es immer wieder zu unvorhergesehenen Situationen kommen. Ein mobiles Notrufsystem gibt Ihnen Sicherheit und lässt Sie Ihren Urlaub entspannter genießen. Achten Sie darauf, dass die meisten mobilen Notrufsysteme ausschließlich im gesamten Bundesgebiet Deutschlands und nicht im Ausland funktionsfähig sind. Fazit. Eine Städtereise ist mit der richtigen Planung ein wundervolles Erlebnis und bietet unvergessliche Momente. Die Welt wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Mehr Informationen und wissenswerte Artikel finden Sie in unserem Online-Magazin. Besuchen Sie uns unter libify.com. Libify. Einfach sicher fühlen.